Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie und den digitalen Signaturen. Heute geht es um die formalen Angreifermodelle bei digitalen Signaturen und ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an IntCPA, IntCCA Sicherheit und so weiter. Sowas ähnliches gibt es auch für digitale Signaturen, allerdings haben wir uns da um das Schiffrat, also um das Brechen von der Kryptografie tatsächlich interessiert, nicht um das Fälschen. Also wir wollen jetzt hier was fälschen, sozusagen eine Unterschrift fälschen und wir wollen nicht was wieder entschlüsseln. Wir haben ja sogar die Nachricht hier, das ist uns völlig egal. Wir wollen einfach tatsächlich nur als Angreifer sagen können, okay, unsere Nachricht M, die bekommen wir oder die wählen wir uns und wir können uns eine neue Signatur erstellen, also uns ausgeben für jemanden, der wir nicht sind. Das Ganze brauchen natürlich neue Angreifermodelle und die möchte ich euch heute vorstellen. Die heißen auch ein bisschen anders, wobei ich könnte sie gerade mal hier oben noch hinschreiben. Wir können nämlich Angreifermodelle bauen, Angreifermodelle aus NMA für No Message Attacks, NACMA für Non Adaptive Chosen Message Attacks, werden wir alles gleich noch sehen, was da passiert und CMA, die werden euch jetzt übrigens alle vielleicht so ein bisschen bekannt vorkommen von den MACs, die wir behandelt hatten, allerdings konnten wir das da in der symmetrischen Kryptografie nicht so richtig zuordnen bzw. nicht so richtig machen, weil wir da einfach feste Laufzeiten haben. Wir sagen, okay, wir nehmen so und so viel Bit zum Verschlüsseln, also brauchen wir so und so lang zum Brechen. Deswegen, ja, wir hatten eh meistens unsere Fixed Block Size, deswegen ging da nicht so viel. Okay, aber wir haben es trotzdem ein bisschen gemacht und ja, bei den digitalen Signaturen kann man das noch viel besser machen, finde ich. Wir werden übrigens sogar noch ein paar mehr Angreifermodelle und Ziele finden, allerdings erst später. Das sind sozusagen die Basic-Ziele und die Basic-Modelle, UUF und EUF. So, ich habe sie nach Stärke geordnet, also CMA ist es, wenn das der Angreifer brechen kann, ist es sozusagen das stärkste, was er brechen kann oder es ist der stärkste Angreifer, um genau zu sein. Also, wenn unser Angreifer EUF-CMA sicher oder unser Verschlüsselungs- bzw. unsere Signatur, wenn das Schema EUF-CMA sicher ist, also eine Kombination aus Ziel und Modell, EUF-CMA ist das Beste, was wir erreichen können, zumindest vorerst. Es gibt nachher noch S-EUF-CMA, aber das ist nicht so wichtig. Dann ist es wirklich gut, wohingegen EUF-CMA ist ziemlich schlecht. Also, wenn wir nur EUF-CMA schaffen, dann ist es nicht so geil. Ja, ich zeige euch jetzt nämlich kurz, was das bedeutet. Okay, wir hatten also zum Beispiel die Kombination aus EUF und NMA. EUF bedeutet, ich schreibe das gerade mal noch hier oben hin, Unique, äh Quatsch, Unique, Universal Unforgeable, also generell unbrechbar. Das bedeutet, der Angreifer findet vielleicht eine Nachricht, für die er was fälschen kann, aber wenn der Angreifer UUF oder wenn unser Schema UUF sicher ist, dann bedeutet das, um das zu brechen, müsste der Angreifer für jede beliebige Nachricht, also für jede Nachricht, die wir ihm geben, müsste er was fälschen können, also so eine Signatur fälschen können. Wohingegen bei EUF existential unforgeable, das bedeutet, es darf überhaupt keine Nachricht geben, für die er was fälschen kann. Also auch für die Nachricht, die nur aus Nullen besteht, darf der Angreifer nichts fälschen können. Hier heißt es einfach, es gibt zumindest eine Nachricht, für die er es nicht fälschen kann, wenn unser Schema UUF sicher ist. Bei EUF haben wir wirklich keine einzige Nachricht, ist fälschbar, das ist schon mal sehr, sehr viel besser. Und hier haben wir das Modell, also wie greift uns dieser Angreifer an? NMA bedeutet No Message Attacks. Das bedeutet, der Angreifer darf nicht eine einzige Nachricht bei uns anfragen, für die wir ihm dann was signieren. Also ich meine, er könnte uns ja ohne Probleme irgendwie dazu bringen, keine Ahnung, sagen wir mal, wir sind ein Benutzer. Also wir sind sozusagen wir selber. Und wir bringen jetzt Facebook dazu, weil wir uns dort jetzt anmelden wollen. Wir bringen Facebook dazu, dass es was für uns signiert. Wir müssen einfach nur die Seite facebook.com aufrufen und haben ihn schon dazu gebracht, dass er eine Nachricht signiert. Also dieses NMA Schema, dieses No Message Attack Schema, das ist wirklich sehr, sehr schwach. Also da dürfte zum Beispiel Facebook, wenn das No Message Attack sicher wäre, nur, aber nicht NACMA sicher, dann hätte es schon ein Problem. So, jetzt sitzt es ein bisschen länger, Non Adaptive Chosen Message Attacks. Das bedeutet, nicht adaptierbar, also man darf es nicht anpassen an den Public Key. Also ich zeige euch gleich noch das Spiel dazu. Wir dürfen hier unsere Nachrichten nicht anpassen. Wir erhalten erst den Public Key, nachdem wir unsere Nachrichten, die wir gerne signiert hätten, zeigen. Und ich glaube, jetzt wird es tatsächlich Zeit, dass ich euch direkt mal das Schema zeige. Und zwar, wir bauen uns hier wieder mal den Challenger C und den Angreifer A. So, und die kommunizieren logischerweise wieder miteinander. Und beim, ich fange jetzt mit dem Non Adaptive Chosen Message, ne, ich fange mit dem UF NMA Angreifer an. Hier, der hier. UF NMA bedeutet einfach, der Challenger gibt seinen Public Key rüber. Den kriegt der Angreifer immer, weil der ist eh öffentlich, den kann wirklich jeder haben. Der, also das ist jetzt wie gesagt UF NMA hier. Der Angreifer erhält den Public Key. Und was er auch noch erhält vom Challenger, weil wir uns ja in einem sogenannten Spiel befinden. Er erhält eine Nachricht M-Stern, für die der, M-Stern ist immer die Nachricht im Folgenden jetzt, für die der Angreifer was fälschen soll. Also eine Signatur fälschen soll. So, und was der Angreifer jetzt zurückgibt, ist einfach direkt die Signatur Sigma. Achso, das funktioniert jetzt wieder nicht, ne? Ja, richtig. Gut, dann machen wir das mit einer separaten Textbox. Die Signatur Sigma wird, äh Sigma Stern, um genau zu sein, wird er jetzt zurückgeben. Und diese Signatur, wenn der Angreifer das Spiel gewinnt, ist eine gültige Signatur für M-Stern. Der hat keine Nachricht oder sonst irgendwas gesehen. Der hat einfach direkt eine Signatur gefälscht. Das ist quasi unmöglich, sag ich jetzt mal. Okay, ähm, jetzt verändern wir das Ganze ein bisschen, und zwar die Existential Unforgeable. Also wir machen den Angreifer jetzt EUFNMA. EUFNMA bedeutet, dass der Angreifer die Nachricht selbst wählen darf, für die er was fälschen möchte. Das macht ihn schon mal ein bisschen stärker und das ist auch deutlich sinnvoller. Das heißt, er erhält die Nachricht, für die er was fälschen möchte, nicht vom Challenger, sondern er erhält die Nachricht von sich selbst. Er darf sich quasi die Nachricht selber aussuchen, für die er was fälschen möchte. Es ist immer noch saumäßig schwer, aber immerhin darf er jetzt sich die Nachricht selber aussuchen. Die könnte zum Beispiel nur aus Nullen bestehen und vielleicht ist es dann ein bisschen einfacher, für den Public Key hier was zu fälschen. Okay, das ist jetzt EUFNMA gewesen. So, jetzt, also das ist quasi immer dasselbe. EUF bedeutet, der Challenger wählt die Nachricht. EUF bedeutet, der Angreifer wählt die Nachricht. Das ist alles. Das werden wir jetzt nicht mehr verändern. Wir bleiben jetzt bei EUF. Gehen jetzt aber weiter zu NACMA. NACMA bedeutet Non-Adaptive Chosen Message Attack. Und der Begriff ist neu bei den digitalen Signaturen. Den hatten wir vorher noch nicht eingeführt. Non-Adaptive Chosen Message Attack bedeutet, der Angreifer darf sich hier vom Challenger gewisse Nachrichten signieren lassen. Da muss ich jetzt wieder eine separate Textbox machen. Jetzt müsst ihr wieder kurz warten. Okay, und zwar nennen wir die Nachrichten M1 und so weiter und so fort. Also M2, M3, M4 bis hin zu MQ. Er darf sich nicht mehr Nachrichten als Q signieren lassen. Das liegt daran, dass der Angreifer in Polynomialzeit laufen muss, weil unsere ganzen PCs nur polynomiell viel Laufzeit haben. Also er darf nicht unendlich lang laufen. Er darf keine unbrechbar schweren Probleme lösen, sondern er muss tatsächlich zum Beispiel in 50 Jahren fertig sein. Also sagen wir mal 50 Jahre ist ziemlich übertrieben. Aber er darf zum Beispiel jetzt nicht, keine Ahnung, die Laufzeit von einem Quantencomputer haben oder sowas. Also er darf halt wirklich nur realistisch viel Laufzeit haben. Okay, und danach bekommt der Angreifer in einem Zug die Signaturen Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3, Sigma 4 bis hin zu Sigma Q. Und das hier, mein Freund, schreibst du bitte nach unten. Okay, also er bekommt das Ganze in einem Zug rüber. Er bekommt Signaturen. Sigma 1 ist eine gültige Signatur von M1. Sigma 2 eine gültige von M2 und so weiter und so fort. Er bekommt die ganzen Signaturen vom Challenger gratis quasi. Er überredet ihn, dass er was für ihn signiert. Okay, das ist jetzt EUF NACMA. Das ist schon mal ein sehr gutes Angreiferziel. Das ist auch gar nicht so einfach, das hinzubekommen. Und was wir jetzt hier haben, ist der Angreifer kann hier natürlich, bevor er M-Stern und Sigma-Stern wieder zurückgibt, darf er hin und her rechnen, so viel er möchte. Also natürlich auch nur in nicht, äh, in polynomiell viel Laufzeit. Das bedeutet, er kann hier aber einiges rumrechnen und kann danach diese Dinger hier zurückgeben. Aber wichtig ist, dass M-Stern nicht M1 bis MQ ist. Also M-Stern darf er vorher nicht anfragen. Das wäre ja sonst ein bisschen arg bescheuert. Also das wäre trivial brechbar dann sozusagen. Ähm, aber wir wollen jetzt einfach haben, dass dieses M-Stern nicht vorher angefragt wurde. Und Sigma-Stern hat er dann logischerweise auch noch nie gesehen. Also er muss tatsächlich was Neues fälschen. So, und jetzt die EUF-CMA, die EUF, also Existential Unforgeable Chosen Message Attack. Nicht Non-Adaptive, sondern Adaptive. Das bedeutet, er darf hier sagen, okay, ich bekomme jetzt von meinem lieben Freund, dem Challenger, den Public Key. Und jetzt muss ich das hier ein bisschen tiefer setzen. Ähm, so, die beiden Sachen tiefer. Und jetzt bekommt der Angreifer den Public Key zuerst. Und danach darf er Nachrichten anfragen. Die nennen wir jetzt einfach nur M-I, weil er darf beliebig viele Nachrichten anfragen. Wieder mal Q-Stück insgesamt. Aber er darf sie anfragen, nachdem er den Public Key bekommen hat. Und vor allem darf er, darf er dazwischen rumrechnen. Also er darf hier zum Beispiel sagen, okay, ich habe den Public Key und ich habe die Nachricht M-I jetzt gerade geschickt. Und jetzt erhalte ich die Signatur Sigma-I von meinem Challenger. Jetzt kann ich hier was rechnen. Und danach schicke ich ihm noch eine Nachricht und bekomme wieder eine Signatur. Kann wieder was rechnen. Schicke ihm noch eine Nachricht, bekomme wieder eine Signatur und das Ganze eben Q-mal. Also er ist jetzt nicht darauf festgelegt. Er muss die alle auf einmal schicken und er bekommt alles auf einmal, sondern er kann es nach und nach anfragen. Das sind sozusagen die wichtigen Angreifer-Modelle. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier UUF machen würde, dann würde ich einfach hier M-Stern vorgeben. M-Stern vom Challenger vorgeben. Das wäre jetzt UUF CMA. Habe ich aber eigentlich noch nie gesehen, dieses Spiel. Also wenn schon CMA, dann sollte es auch EUF sein. Deswegen machen wir das wieder so rum. Okay, das wären die wichtigen Sicherheitsspiele. Die solltet ihr alle können. Jetzt noch ein kleines Add-on. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine 1 reinschreibe, EUF 1 CMA, dann bedeutet das, es ist nur einmal sicher. Also unser Verfahren ist genau für eine Signatur gültig und danach nie wieder. Das heißt, wir müssen uns neues, also quasi unsere Keys neu ziehen. Für die Keys ist es nur einmal gültig. Das heißt, jedes Mal, wenn wir was machen wollen, müssen wir neue Keys ziehen. Okay, wie sieht das Spiel dann aus? EUF 1 CMA. Da darf logischerweise nur eine Nachricht hier angefragt werden. Also Q ist 1. Ich darf hier nur eine Nachricht anfragen. Ich kriege auch nur eine Signatur zurück. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Das wäre jetzt ein EUF 1 CMA Spiel. Wir werden von EUF, oder wir werden mit Einmalsignaturen anfangen und uns dann hocharbeiten, bis wir eben unsere vollständigen EUF CMA Signaturen haben. Und dann vielleicht noch ein paar Add-ons und kleine Gimmicks und sowas, was man alles noch damit machen kann sozusagen. Und dann werden wir uns auch noch angucken, was gibt es denn in der Praxis für Signaturverfahren, die wirklich auch benutzt werden, auch wenn sie nicht ganz sicher sind, muss man dazu sagen. Okay, das ist es erstmal von den Angreiferzielen. Die solltet ihr wirklich drauf haben hier. Und die solltet ihr euch wirklich verinnerlichen. Also wenn ihr irgendwie ein Video nochmal gucken wollt, dann ist es höchstwahrscheinlich das hier. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.